Hi, hier ist deine PTA Love Week am 16. November. Die E-Rezept-App der Gematik soll eine neue Funktion bekommen, das Einlösen ohne Anmeldung. PatientInnen sollen die App also auch ohne Registrierung nutzen können. Zumindest die Grundfunktionen wie das Übermitteln und Einlösen von elektronischen Verordnungen. Bislang braucht es eine Registrierung und zwar über eine NFC-fähige Gesundheitskarte, die an das Smartphone gehalten wird. Der Gürtelrose-Totimpfstoff Shingrix kann bis zu 10 Jahre nach der Erstimpfung vor Gürtelrose schützen. Das zeigen Zwischenergebnisse einer Verlängerungsstudie. Die Daten zeigen, dass Shingrix ab dem ersten Monat nach der zweiten Impfdosis bis zu 10 Jahre nach der Impfung eine Wirksamkeit von 89% aufweist. Weil Ibuprofen-Suspensionen noch immer von Lieferengpässen betroffen sind, wird auf die Herstellung von Rezepturen ausgewichen. Das DRC-NRF liefert die entsprechenden Herstellungshinweise und hat nun die Aufbrauchfrist für Ibuprofen-Suspensionen auf zwei Monate verlängert. Denn das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker hat neue Stabilitätsdaten vorgelegt. Hat die Praxis die falsche Wirkstärke verordnet, stellt sich die Frage, darf die Apotheke die Wirkstärke korrigieren oder ergänzen, wenn diese fehlt? Oder ist ein neues Rezept nötig? Weil die Angabe zu den Punkten gehört, die nach § 2 Arzneimittelverschreibungsverordnung Absatz 1 Nummer 1 bis 7 gefordert sind, darf geheilt werden. Vorausgesetzt, die Angabe wurde in Rücksprache mit der verordneten Person korrigiert oder entsprechend ergänzt. In Sommerhausen bei Würzburg bleiben die Türen der Apotheke derzeit geschlossen. Stichwort Personalmangel. Doch mit der endgültigen Apothekenschließung will sich das Team nicht abfinden und geht gemeinsam mit der Stadt, den ansässigen Arztpraxen und einer weiteren Apotheke auf die Suche nach Verstärkung. Weniger Arbeit, mehr Freizeit. Dieser Wunsch wird auch bei den Apothekenangestellten immer beliebter und ein Wechsel auf Teilzeit kommt ins Spiel. Doch muss die Arbeitszeit mindestens um eine bestimmte Stundenzahl verringert werden? Die Antwort findest du auf ptadendorf.de. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020